You say you wanna try, but you never do Sugar, there's a reason why we lose Hallihallo Hallöle und Willkommen zurück bei Let's Play Fierce Online Hi Wo ist ein Noob Jäger? Also, Noob habe ich gefragt Da hinten war irgendwer irgendwie so ein komischer Typ, der einen Stern hatte und nicht mal einen Schatten gewandelt hat Ja und, der kann 110 sein und das war letztens so ein 110er Bob da, der nichts gewandelt hat Der war bei... Hieß irgendwie Kaprinka oder sowas Keine Ahnung, der war bei den 77er WDH Echsenrittern und hat die Echsenrittern mit 110 nicht gewandelt Und die hatten halt noch einiges aus, also von daher Ja, die Schatten sind nicht mal mit meinem Jäger-Onehook mit Also von daher, die tanken halt richtig Ey, ich mach den auch 3000er Crits Ja und, die haben halt viel HP Die haben bestimmt mal so um die 10k HP oder so Mehr, wenn du den 3000er Crits machst Mehr Schattensymbole Ich critt ja nicht die ganze Zeit Und du kriegst keinen Heal Leider kriegt der manchmal wieder die... den Regenerationsgedöns ab Ja, das reicht mir ja schon mal, ne? Das reicht ja Ja, weil du ja auch nichts machst So würde ich das jetzt nicht sagen Das ist jetzt auch ein bisschen gemein Nicht genug Schaden, um Agro zu kriegen auf jeden Fall Oh mein Gott, scheiße ey, ich wurde wieder geportet Ja genau, du wurdest geportet Hey, ja ernsthaft, Alter Du hast die Portrolle benutzt Nein Ja doch Nein Also ich... Ich hab... ich hab... ich hab... ich hab... In der Gruppenleiste angeklickt mit meinem Clary Und auf einmal... war... war ich in Elde Ich so, hä? Ja, Portrolle mit uns, ne? Nein, hab ich nicht, Mann Ja doch hast du Nein In der Gruppenliste angeklickt Ja genau, ihr benutzt alle mal Portrollen Hast du doch auch mein Video gesehen, Mann Ja, genau Ja, hab ich da auch ne Portrolle benutzt, oder was? Kannst du mich nochmal rufen, bitte? Ich hab... grade gerufen Wie soll ich dich denn nochmal rufen? Ja, ich denk, du machst das auf Kette, Alter Boah Nein Ah, toll, Mann Noob Ich... Kann ich in eineinhalb Minuten überwürfen? Ja, alles gut Warum... 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 Du deportest du dich nach oben? Komischer Bobjäger da, Alter Der... Der komische Bob-Milch macht auch... Die... die scheiß Schatten statt die... statt die... äh... Schnecken zu geben Stimmt Ah ja, was ist denn... was... das fällt mir ja hier grad auch auf... was ist denn das Pulver des Lebens, oder? Was ist das denn? Äh... Reittiere zu füttern war das mal... Echt? Ja, echt Ja, echt Ja, echt Oder musstest du früher damit füttern? Achso, weil wir hier... Seit es... seit es das nicht mehr gibt... äh... kannst du die halt eintauschen, wenn du noch wel schartest Die sind auch aus dem Shop rausgenommen worden Ah, okay, deswegen steht hier der NPC Ich hab mich schon gewundert, dass... das... der sein könnte, außer irgendwie... Was kann man hier kaufen und davon... Alles mögliche Alles mögliche Zehn Karies Alles mögliche an CS halt... grade Ja, kill den halt selber und nimm dir dann die scheiß... Ist klar Ich werd nicht den Solo-Killer, lol Ist klar Schattensymbole sind fertig Ah, überquestelst du wieder nicht abgebbar? Natürlich nicht So Julian, ich warte... Ja, 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 ja... Nervzweck Du bist doch mal wieder da Ich werd auch mal wieder da Ich werd auch mal wieder da Hm? 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 Was? Du konntest grad irgendwie so zu packen Alter, kann der mal... Als ob der grade gestorben ist, weil er Pullen war Junge, was hat der für Death? Hey, wer ist denn grad... ach so Oha Stirb... Junge, wie... Als ob der Typ einfach gestorben ist... Ja, wohl, ich bin ja auch gestorben, kann ja passieren, ja... Ja, weil du abgestiegen bist vom Reitier Oh, ich hab... oh, ich hab nen Hammer bekommen, oder? Oha, geil Scheint man sich aus Hier, das geb ich dir... den geb ich dir jetzt hier Und du mich auch Hey, ich will dir ein Geschenk machen, Alter Das ist hier ein nachträgliches Hochzeitsgeschenk, Junge Ja, ja, du mich auch Ja, komm, nimm mal jetzt hier den Hammer, Mann 26 Euro ist das Mehr als du kriegen kannst, hier Ich hab einen mit über 50 Ja, egal, Mann Der macht doch mal mehr Schaden Kann man aus deinem Hammer... nein, ablehnen Aber du musst... Aber der ist... Aber der ist... Der Hammer ist natürlich auch ein bisschen limitiert halt, ne? Du musst dann halt Wächter werden Ja, mach ich doch sowieso den da Den... Clary hier Mach ich doch sowieso Wächter Ach so, ich dachte... ja, schade Warum nicht eigentlich HK? Weil er schon einen hat... Ich hab doch schon HK So... Ja, ich mag HK Ich mag... Ich mag HK halt lieber Mein HK ist Level 102 Ja, denn... Du hättest mal Zeit Den war er zu spielen Nee... Wirds nicht... Weiß auch... Ist doch Crypt-Buff... Ich will Crypt-Buff, Mann Ich will Crypt-Buff, wirklich? Als Jäger-Crit-Buff, Alter Ja, Crit-Buff ist halt richtig delicious, Mann Als Jäger-Crit-Buff Wenn, 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 dann Mia, hallo? Als Mage? Ja, gut Wenn, dann, wenn, dann kriegt der Mage den Oder Gladys, wenn Gladys dabei sind Oder der Clary Der Clary, der sowieso keinen Schaden macht Ja Damit er noch weniger... Damit er mehr keinen Schaden macht Ja, klar, Claries sind die sinnvollsten So ein Crypt-Buff-Game Besonders, wenn sie Äh... An Mades sind und dann, äh... Und dann der Most Damage wichtig ist Gibt man am besten den Claries Den Crypt-Buff Genau, weil die auch Dreimal so viel Schaden machen Und wie ein Gladys Ja... Hallo? Es gibt wirklich einen Server Aber das ist das Clary Main-Klasse Da spielt auch jeder Clary Da kann Clary tanken Und macht Clary Damage ohne Ende Und äh... Heilt der Clary Der muss nicht mehr heilen Weil keiner Damage kriegt Weil der Clary so viel Death hat Genau Toll Ich hab 50% Ja, Bob's Ja, und? Ja, und jetzt? Warte mal... Was bringt ihr das jetzt? Mir bringt das, dass ich äh... 50% habe und mehr als hier Ja... Kannst du bug dir ein Eis De? Ein bisschen Eis backen Habe ich doch gerade, äh... Mein Krieger hat One-Time-Error Hehehe Äh... Äh... Was hat er... Was hat er jetzt mit Eis zu tun? Dass er eingefroren ist... Hehehe... Vielleicht nix, vielleicht viel... I don't know... Guck mal, der Jäger sieht genauso aus wie meiner Der hat genau... Ey, bleib stehen! Du siehst genauso aus wie mein Jäger 1-2-1 Hallo! Du bist ne Kopie von meinem Jäger Bleib stehen! Freund hinzufügt! Hehehe... Ich renne ihm einfach hinterher Hehehe... Weil du willst wissen, dass der 120 ist Weil er mind... Er ist mindestens 120 Also von daher... Ja, das... Das kann sein, ja... Das kann nicht nur sein, das ist so... Ja, aber du kannst nicht wissen, dass er exakt 120 ist... Es ist mir doch egal! Nein, also wenn du... Wenn du sagst, es ist exakt ne Kopie von deinem Jäger, muss der auch... Nein, muss er nicht, weil er ja... Wieso bin ich eigentlich auf der Gruppe geworfen worden? Wieso bin ich eigentlich auf der Gruppe geworfen worden? Wiss du nicht, wiss ich... Du bist doch in der Gruppe... Hä? Weiß ich, was du willst! Weiß ich, was du willst! Weiß ich, was du willst! Du... Mir wird die Gruppe nicht mehr angezeigt! Du hast sogar noch Gruppen-Buffs! Leute, ich hab Gruppen-Buffs! Und richtig Kills und alles, aber... Mir wird die Gruppe einfach an der Seite nicht mehr angezeigt! Lad mich neu ein, bitte! Äh... Hier, das ist, weil... Ähm... Du spielst auf dem gleichen Account wie dein Cleary Und ich hatte gerade One-Time-Error Und deswegen hat sich die Gruppe aufgelöst mit meinem... Und weil das der gleiche Account ist, äh... Wurde jetzt von dem Account die Gruppe aufgelöst! Warum das Account übergreifend ist, frag mich nicht! Es ist so! So, das klingt natürlich... Plausibel irgendwie! Dann laden wir mal neu ein! Das ist... Das ist... Bob! Das nervt mich! Das nervt mich! Hey, jetzt stand bei mir! Du wundervaste Gruppe entlassen! Was für's! Ja, ich hab dich auch entlassen! Ja, aber... Da stand bei mir jetzt gerade erst! Ich... Weil's ja auch jetzt gerade erst passiert ist! Nein, ist es nicht! Ähm... Gruppe war schon vorher weg! Auch wenn ich Kills mit Gruppe... Bei dir hat dann gestanden, die Gruppe wurde aufgelöst, als du... Ähm... Das kann sein, ich hab da so viel XP dazwischen! Waffe wurde beendet! Und Quest wurde beendet! Und kein Ziel! Und falsches Ziel! Und... Den willst du nur angreifen! Der arme Dü! Der stirbt schon noch an den Detos! Der hat doch keine Deps! Fähigkeit kann noch nicht benutzt werden! Nein, das waren, glaub ich, Schatten und Schleim... Und äh... Ja, Schatten zum Großteil! Wegen Deto! Nee, Deto... Deto äh... Gibt eine Nachricht aus, mit kann nicht benutzt werden! Nein, das sind meine OEs! Das sind meine OEs bei den Schnecken! Aber ich meine jetzt, ähm... Was ich gerade halt hatte! Wegen... Kein Ziel, beziehungsweise... Ähm... Ziel ist nicht mehr verfügbar, oder was es war! Ziel nicht mehr verfügbar ist! Schatten, komm her! Lass dir still was! Und danach muss ich warten, da legen sich... Bis da legen sich endlich mal auf mein Level rein! Alles klar läuft bei dem! Wie viele Schatten sowohl hast du eigentlich, du? Ähm... 45! Ist klar! Glaub ich dir niemals! Hä? Warum? Ja, ernsthaft, oder? Ja! Bei deiner langen... Weil, so wie du aufsammelst... 44 hab ich! Verschlafen! 44! Ja, genau! Also 44 hab ich! Ja! Natürlich! Wie... Du und... Warum? Wie viel hast du denn? Du und viele Dronter! Ich hab 49! Ich sammle jetzt einfach... Bist du... Ich sammle jetzt einfach alles, dann bekommst du nichts mehr! Ah... Hättest du jetzt nicht erwartet! Doch nicht! Was ist... Was sind Megasichis? Also... Wir sind momentan Megasichis im Angebot! Mit 25% extra Abchancen! Im Angebot heißt, dass sie billiger sind, oder? Die gibt's nur im Angebot! Die gibt's ja normalerweise nicht! Ah, die gibt's ja gar nicht! Ach so! Also die sind im Shop! Das ist... Das die sind im Shop! Das ist ein spezielles Angebot! Und dieses Angebot ist immer reduziert, wenn es da ist! Das ist so der Happy Hour! Das heißt, es ist nur eine Stunde da! Danach ist es wieder weg, logischerweise! Hm... Nix für mich! Musste ja alle Schattensymbole klauen! Hehehe! Umrennt Caprica hier wiederum! Keine Ahnung! Wer ist meine neue Vita? Ich füge auch mal als Freund hinzu! Du hast Caprica gebeten, dein Freund zu werden! Das ist... ...meint hinzufügen! Wäre echt... Wäre echt gemein, wenn sie... äh, wenn sie ihn nicht annimmt! Wäre nicht okay! Du könntest mich heilen! Julian! Ich... Du kriegst kein Heil! Du kriegst kein Heil! Julian! Du bist ein Pisser, man! Man! Du bist ein kleiner Wichser! Ich wollte dich noch im letzten Moment teilen! Ja! Danke, Alter! Ja! Wirklich! Echt! Äh, Äh! 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 Was? Was machst du hier für komische Geräusche? Hm... Ich wollte dich noch im letzten Moment teilen, aber dann ist es natürlich der Bobjäger, Der hat ja keine Depp, hat umgefallen. Ja, sei froh, dass du Gruppenlead hast. Sonst hätte ich dich jetzt rausgeschmissen. Dann hätte ich meinen Jäger geholt und dann hätte ich alle Kids alleine gekriegt. Hättest du eh nicht gemacht. Ja doch. Nein, hättest du nicht gemacht, man. Ja doch. Nicht bei mir, man. Oh man. Ja, toll. Können wir jetzt ja jemand mal pullen hier, ne? Du kannst doch selber pullen. Nee, guck mal hier. Ich krieg ja hier keinen Heal. Der Clary, der lässt mich ja lieber verrecken. Und dann wundert er sich, warum ich hier so weit zurück bin. Uuuuh, komm dann heile ich dich halt wieder und der Magestar will auch ein Heal haben. Ja, ein Heal wäre schon schön, wenn ich alle Agro habe. Heal ist ausverkauft. Ja, ist ausverkauft. Ausverkauft und wird überbewertet. Ja. Nein. Hehehe. Hehehe. Ich hab das Schatten sogar zu spät gesehen. Hm, ich glaube ich muss gleich mal, wenn das Let's Play vorbei ist, noch ein paar Prozente aufholen. Warum? Wie viel hast du denn? Hm. Äh, jetzt gerade 40. Hm, ich hab weniger. Alles gut. Ja, ich auch. Also, alles gut. Ich hab auch nur 34. Weil er mich sterben lassen hat. Der kleine Pisser. Wieviel hast du? Ähm, 34. Ich hätte eigentlich, eigentlich offiziell 35. Aber da hat mich ja, irgendjemand hat mich ja sterben lassen. Ja, ich hab hier nur offiziell 40. Offiziell sind 36. Hehehe. Ja, das fragen wir jetzt auch. Ja, das, warum? Hehehe, das ist ja richtig komisch. Ich glaub, er hat gelogen. Wie kommst du auf 40? Hehehe. Ich glaub, er hat mehr gesagt, als er in Wirklichkeit hat. Hehehehe. Wie kommst du bitte auf 40? What the fuck? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Weil ich aufgerundet hab. Ahhhh. Weil ich aufgerundet hab. 36 auf 40. Ja, das ist natürlich bitter. Gut, dann sind wir ungefähr gleich sogar noch. Alles gut. Ja, aber... Ich geh einfach... Ich mach einfach nachher noch. Guck ich, ob ich noch... Ob ich noch irgendwie ne Gruppe finde. Und dann nochmal ein bisschen Schnecken mache. Oh, wenn man Symbol wiederkommt. Okay, also langsam mal irgendwie auf Level 101 kommen. Oh, so ein Pull wäre nochmal schön. Also... Könnte man mal mit arbeiten. Das wäre schön, ja. Habe ich mir eigentlich meine 99er-Skills gekauft? Was spielst du jetzt eigentlich als White Char? Ähm... Cleary. Ah, Cleary. Und Julian? Also als Main Char. Okay. Und Julian? Er hat sich noch einen Gladdy gemacht. Achso. Okay. Noch einen. Aha. Ja, weil er seinen alten Gladdy einen Scheiter machen will oder so. Keine Ahnung. Die alten Gladdy scheiße. Hallo? Wieso ist er scheiße? Hä? Okay. Erstens der Name scheiße. Das ist zwar ne... das Lied... das ist zwar ne tolles Lied. Ähm... Mit schöner Erinnerung. Aber... Er passt nicht zu nem Schadennamen. Und alter... Was hast du für ne Bock, Dev? Ähm... äh... Ja... Road... Weit wish to go any, Son Häusling. Wir halten die Axt so hässlich. Das kann sein. Na ja... Gut. Die Folge ist auf jeden Fall auch vorbei. Vielen lieben Dank für das Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.